Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Surge 2. Wir wollen uns hier noch ein bisschen auf dem Sandville Plaza oben schauen. Ja, hier habe ich schon geredet. Also geredet, nicht. So, da kann ich nicht durch. Er... Er... äh also der einen bitte abtrennen so nächstes Schema freigeschalten mhm äh, sehr gut ich muss ein bisschen konzentrieren weil Stufe 5 Gegner natürlich nicht so easy sind so, Stufe 5 Beinmodul sehr schön der Gideon Blaser okay, da sind ganz viele Feuerdrohnen ich nenne die mal so Explosionsdrohnen Explosionsdrohnen ich nenne die mal so ja, schön ja, schön ja, schön Ich vermute ja hier eigentlich irgendwo eine Art Abgritzung. Hm, äh, will ich nicht abtreten scheinbar. Für wen hältst du dich? Manchmal ist es schon gut, die Waffe, aber wie gesagt dadurch, dass ich halt auch so wenig Ähm, Akkuleistung damit aufbau leider. Da rein? Danke. Ich kann sagen, ich muss da rein dürfen. Okay, die können wir aufmachen. Keine Infektion erkannt. Ah, da bin ich wieder, ah ja. Ähm, mit dem Arzt wollten wir eh reden, ah? Äh? 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 Es ist langsamer, aber es kommt mir auch sehr rhythmisch vor, so das Kampfsystem, weil es das Sinn ergibt. Wo ist dein? Willkommen in der Besten. Normalerweise würde ich dich kosten. Erbärmlich, was? Verdammte Apparatschicks beschlagnahmen alle Nanomaschinen Jericho, um Wahrheit über Defrag zu vertuschen. Ohne alternative Nachschubwege wäre ich gelieft. Gerade eben haben die wieder geheime Lieferdrohne vor meinem Büro abgeschossen. Selbst wenn Soldaten sie nicht finden, die Plünderer finden sie. Du musst vorsichtig sein. Aber wenn du das Ding schnappst, kannst du kostenlos mehr die Station an Wand hier nutzen. Abgemacht? Da? Ja, ah ja, stimmt. Du hast genug Nanomaschinen für Wochen von Experimenten gefunden. Wenn ich immer weiter die kleinen Viecher in Leute injiziere, finde ich schon bald eine Heilung. Keine Sorge, ich habe den Deal nicht vergessen. Du kannst die mit... Sehr gut. Viel Glück. Du und ihr... Wir verstehen uns sowas von. Hast du? Nein. Vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt, dass... Keine Infektion erkannt. Ähm. So, verdammt. Falscher Knopf. Ähm. So, verdammt. Das... 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 Kann grad nicht reden. Das... Das... warte überlich deine waffenmord haben das kann nur von der anderen seite aufmachen aber hier tschuldigung ah ok sind wir bei der medieberg landet und Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Dann will ich bei dir den Kopf machen. Okay. 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 She stages. Super. How many do you wanna take on the ground. Ok. Okay. Bis zum nächsten Mal. hey von der tagen lasst hier bitte so lang wenigstens leben sehr schön einmal danke da kann ich irgendwie rein da ist wieder so einer dann kann ich hier da vorne rein ich habe halt hier auch im weg ne ein anderer weg in den untergrund rein jetzt ist hier das versteckt von dem ist natürlich ganz cool das heißt wir wollen irgend so ein implantat ja und gegen gift austauschen 8 9 testa 4 ok dann nehmen wir sogar glaube ich mal das 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 ist jetzt bisschen schlecht weil das jetzt irgendwie so gar nichts ändert da komme ich jetzt ja nicht weiter ich habe mal eine medistation ok er lebt alle wieder ne ok dann gehen wir erstmal dahin wo wir wohl weiter müssen beziehungsweise halt erstmal zu der medibale zurück wir haben jetzt doch sehr viel bekommen so das hier ja was macht das erhöht den schaden wenn mindestens drei akkus gefüllt sind noch mehr wenn mindestens fünf gefüllt sind die verteidigung wenn das gleiche ist so dann haben wir verringert auf und vergiftung und co ähm ok wir haben hier ein bisschen gesammelt wenigstens ok ok sehr gut ziemlich geupgradet das reicht gar nur so noch nicht das waffending und dann können wir jetzt hier eigentlich in den untergrund oder wir farmen schnell bei den anderen fozis ok ja ich bin ein arsch ich habe mir da einfach so einen rücken rein hm ich bin bei den anderen ich bin bei den 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 bei den ich bin bei den ich bin bei den Das war's für heute. So, hey, das gehört dein Bein auch bei mir. Das Urban-Bein-Modul. So, dann gehen wir hier schnell an die Station. Ich will das herstellen, ich find das cool. Schaut fancy aus. Das fehlt uns jetzt noch das Brust-Modul davon. Wenn ich da irgendwo... Äh, bei Vergleichen... Er ist halt schon... also... Man, schaut halt fancy aus, deswegen will ich sie vor allem... ... und dann... ... und dann... ... und dann... Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist das Brustmodul. Das hier ging zum Dock. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal wieder. Macht's gut bis hin. Tschüssi. 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 Tschüssi.